Nach der Wahl ist vor der Wahl. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. Es ist so, dass Sie im Laufe der Sendung die Hochrechnung erfahren. Das erste offizielle Wahlergebnis ungefähr um 23 Uhr. Aber bis dorthin wollen wir natürlich wissen, was passiert im Lichte des Wahlergebnisses von heute Morgen im Parlament. Ich begrüße meine Gäste, Kanzleramtsminister Gernot Blümel, ÖVP, den stellvertretenden Klubobmann der SPÖ, Jörg Leichtfried. Der designierte Parteichef der FPÖ ist bei uns, Norbert Hofer. Der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler. Die Vorsitzende der NEOS, Beate Meindl-Reisinger. Und den stellvertretenden Parteiobmann von jetzt, Peter Pilz. Schönen guten Abend Ihnen allen. Online können Sie diskutieren unter debatte.org. Herr Minister Blümel, Sie haben das gesagt, heute im Puls 4, aber auch Bundeskanzler Sebastian Kurz hat gemeint, heute hat das Volk entschieden. Morgen entscheidet das Parlament und im Herbst wird wieder das Volk entscheiden. Aber ist nicht das Parlament, sitzen dort nicht die gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volkes? Natürlich. Aber lassen Sie mich vielleicht zunächst Danke sagen den Wählerinnen und Wählern, die mit sehr großer Mehrheit die neue Volkspartei und den Kurs von Sebastian Kurz heute unterstützt haben. Wir sind uns der großen Verantwortung bewusst und es ist wirklich bemerkenswert, dieses Wahlergebnis, denn es ist das beste Ergebnis, das eine Partei in Österreich jemals bei Europawahlen erringen konnte. Das macht mich demütig und dafür ein großes und herzliches Danke. Sie sagen, es gibt eine Kickl-Randy-Koalition. Das ist bemerkenswert, weil Sie ja doch bis vor einer Woche einen Koalitionspartner hatten, wo eben der Innenminister Kickl geheißen hat. Bleiben Sie dabei, dass es eine rot-blaue Koalition aus Ihrer Sicht morgen im Parlament geben wird, wenn es um den Misstrauensantrag geht? Die Europawahl heute ist das eine. Morgen gibt es eine Parlamentssitzung, wo es offensichtlich auch Misstrauensanträge geben wird. Und was wir aus den letzten Tagen gehört haben, dürfte es eine solche Koalition zwischen Rot und Blau geben. Der Herr Doskozil hat ja gemeint, die SPÖ muss aus parteiinternen Gründen für die Abwahl des Kanzlers stimmen. Und insofern warten wir gespannt der Dinge. Morgen entscheidet das Parlament, heute hat das Volk entschieden. Gut, wie das Parlament entscheidet, liegt in den Händen eben der Parteien, vor allem im SPÖ und den Freiheitlichen. Herr Leichtfried, Sie haben Sebastian Kurz vorgeworfen, dass er 24 Stunden gebraucht hat, um eben zu entscheiden, dass neu gewählt wird. Sie hatten jetzt schon sechs Tage Zeit, um zu sagen, ob Sie dem Misstrauensantrag zustimmen oder nicht. Wissen Sie es noch immer nicht? Vielleicht darf ich auch zuerst unseren Wählerinnen und Wählern danken, den Funktionärinnen und Funktionären, die alles gegeben haben, um so ein Ergebnis zu erreichen. Ja, und auch Gratulation ans Team Karras muss man ja auch respektvoll anerkennen. Jetzt zu Ihrer Frage. Wir sind eine demokratische Partei und keine hierarchische Struktur, wie vielleicht auf der anderen Seite des politischen Spektrums möglicherweise eine steht. Und das verlangt schon auch gewisse Zeitläufe ab. Und es ist eine Frage, die natürlich eine ist, die es in Österreich noch nie gegeben hat. Es hat noch nie ein Bundeskanzler seine Mehrheit im österreichischen Nationalrat verspielt. Das ist erstmalig. Das hatten wir noch nie. Wir haben jetzt eine Minderheitsregierung rein schwarz. Die Gründe wissen wir schon alle, Herr Leichtfried, die die SPÖ sagt. Aber es gibt nur zwei Möglichkeiten. Sie wissen es noch nicht, wie Sie morgen entscheiden, oder Sie wollen es nicht sagen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und die sage ich Ihnen jetzt. Gerade jetzt tagt das Bundesparteipräsidium der SPÖ, wo das diskutiert wird. Morgen haben wir Clubvollversammlung. Und dann ist ja noch was, was immer wieder vergessen oder nicht gerne gesagt wird. Dann ist eine Sondersitzung. Warum ist die Sondersitzung? Weil wir endlich klären wollen, was der Bundeskanzler Kurz zu verantworten hat in dieser ganzen Causa-Video-Ibiza. Und da wird er Antworten geben müssen. Auch erstmals Antworten geben müssen. Und das alles zusammen ist eine Entscheidungsgrundlage, auf der dann die Entscheidung fallen wird. Und lassen Sie mich noch was sagen. Na ganz kurz nur. So ein Schwachsinn wie diese angebliche FPÖ-SPÖ-Koalition habe ich noch nie gehört. Wir haben jetzt ein Parlament, wo das freie Spiel der Kräfte herrscht. Wenn einer einen Antrag stellt, überlegen sich die anderen, ob sie diesmal mitgehen oder nicht. Und das wird jetzt eine Zeit lang so weitergehen. Und wer das sagt, und dann bin ich fertig, aber wer das sagt, Herr Blümel, und das gilt genauso für den Parteiobmann Kurz, der versteht Parlamentarismus nicht. Herr Hofer, jetzt haben heute Wählerinnen und Wähler der ÖVP ein großes Vertrauen ausgesprochen. Einer der drei Hauptgründe, einer der drei Hauptmotive, die ÖVP zu wählen, war Sebastian Kurz. Wollen Sie ihm morgen das Misstrauen aussprechen? Es waren trotzdem Europawahlen. Es wurde abgestimmt über die Zukunft des Europäischen Parlaments. Und aus meiner Sicht hat die Entscheidung im Parlament des gewählten Parlaments aus Nationalratswahlen nichts zu tun mit einer Europawahl, die heute entschieden worden ist. Das heißt, das, was morgen entschieden werden muss, ist, gibt es eine Regierung, die eine Mehrheit im Parlament hat. Und das ist die alleinige Entscheidungsgrundlage, die wesentlich sein wird, auch bei uns morgens Sitzung des Klubs, wo auch personelle Entscheidungen getroffen werden, aber dann eben auch entschieden wird über einen Misstrauen zu handeln. Es könnte ja noch eine Möglichkeit geben, die würde man österreichische Lösung nennen, nämlich, dass eine Partei aus dem Parlament auszieht quasi und dann sich der Abstimmung entzieht. Also diese Form der österreichischen Lösung wird es morgen nicht geben. Gut, jetzt eben die Frage an jene, die natürlich auch noch im Klub sitzen, Frau Mendel-Reisinger, eben auch an den Herrn Leichtfried und dann an den Herrn Hofer, an Sie drei, weil Sie werden ab morgen eben auch einer der beiden Klub-Obleute sein mit dem ehemaligen Innenminister Herbert Kickl. Werden Sie eine Order geben, wie Ihre Menschen, also Ihre Mitglieder abstimmen müssen im Parlament oder wird das freigegeben? Man könnte jetzt sagen, namentliche Abstimmung oder eine geheime Abstimmung? Also ich war ja letzte Woche schon sehr klar, dass wir als Fraktion diesem Misstrauensantrag nicht zustimmen werden morgen, weil wir der Meinung sind, dass es jetzt erstens mal Aufklärung braucht und ich auch nicht will, dass das untergeht, dass wir dringend über saubere Politik und über mehr Transparenz und vor allem auch schärfere Sanktionen bei dubioser Parteienfinanzierung nicht nur reden müssen, sondern es auch beschließen müssen. Und, weil ich glaube, es ist nicht die Zeit der Parteitaktik, sondern der Verantwortung gegenüber dem Land, bei uns gibt es keinen Klubzwang, den gab es nie. Daher gibt es ihn auch morgen nicht, aber es werden trotzdem alles so stimmen, weil... Gut, das ist ja das Interessante, den Klubzwang, den gibt es ja nicht, der ist ja nicht festgeschrieben, das ist das freie Mandat, aber man weiß, dass es de facto so ist. Nein, aber bei uns wird auch gelebt. Es ist ja immer wieder gibt es Abstimmungen, wo tatsächlich anders abgestimmt wird. Damit können manchmal Medien nicht umgehen. Wir können ganz gut damit umgehen, weil es eben eine schwierige Entscheidung oft ist, wo man abwägen muss, aber da sind wir sehr geschlossen. Das ist interessant, also auch wir Medien können damit umgehen. Wären Sie dafür, für eine geheime Abstimmung? Ja, nein? Ich persönlich wäre nicht dafür. Ich bin dafür, dass man als Mandatar in dieser Phase auch aufsteht oder sitzen bleibt, je nachdem, wie man entscheidet, damit auch jeder sehen kann, wie man abgestimmt hat. Ja, nein? Also ehrlich gesagt, ich habe da keine Leidenschaften für dieses Thema. Wenn eine Mehrheit bei uns im Klub meint, man sollte so etwas geheim abstimmen lassen, dann soll es so sein. Wenn nicht, soll es nicht so sein. Also ich bin da eher, ist mir nicht so wichtig. Herr Pilz, Sie haben den oder bringen den Misstrauensantrag morgen ein. Kann es sein, dass das Ihr politisches Erbe wird, diesen Misstrauensantrag, und sonst eigentlich von der Liste jetzt politisch nichts übrig bleibt oder wenig? Na ja, die Einsetzung eines BVT-Untersuchungsausschusses, den wir zustande gebracht haben, ist ja keine Kleinigkeit. Die ganze Aufgabe Eurofighter und so weiter und so fort. Nein, Frau Reiterer, erfolgreiche Korruptionsbekämpfung, Kontrolle von Machtmissbrauch, das haben wir auch in dieser Legislaturperiode gezeigt. Aber bleiben wir beim Misstrauensantrag. Werben Sie für den Misstrauensantrag und führen Sie Gespräche mit Herbert Kickl und Pamela Rendi-Wagner? Wir reden unter den Fraktionen, die in Frage kommen, die ganze Zeit. Wir reden auch mit einzelnen Abgeordneten der NEOS. Aber reden Sie mit Herbert Kickl, das würde uns interessieren? Das täte uns, glaube ich, beiden ein bisschen schwerfallen. Da gibt es andere in der FPÖ, mit denen ich mir eine Spur leichte. Also ich muss nicht mit allen reden. Es gibt eine Gesprächsbasis. Der Herr Hofer, mit dem ich politisch sehr wenig verbinde, hat eines vollkommen richtig gesagt. Im Parlament sind wir frei gewählte Abgeordnete. Und im Parlament setzen oft Koalitionen aus Freiheitlichen und uns Untersuchungsausschüsse ein. So agieren Abgeordnete. Und wir haben morgen eine einzige Frage zu beantworten. Verdient Bundeskanzler Kurz noch das Vertrauen des österreichischen Nationalrates? Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass diese Frage mit Nein beantwortet wird. Und dann geht die Frage zurück an den Bundespräsidenten. Und ich hoffe, wir geben eine klare Botschaft mit. Und diese Botschaft lautet, diese Republik, die von Sebastian Kurz in eine außergewöhnliche Instabilität geführt worden ist, braucht wieder Stabilität und durch ein Wahlkampfkabinett, Kurzblümel, gibt es nicht mehr, sondern weniger Stabilität. Aber durch eine Regierung von Expertinnen und Experten, denen wir alle vertrauen können, gibt es vielleicht in dieser schwierigen Zeit die notwendige Regierungsstabilität. Und das ist die gemeinsame Verantwortung aller Parteien. Mein letzter Appell an die Neos, wenn Sie, was ich ja spüre, mit uns gemeinsam dem Bundeskanzler misstrauen, aufgrund all dessen, was er in der letzten Zeit getan hat, bitte schön, sagen Sie nicht, wir misstrauen dem Bundeskanzler und sprechen ihm deshalb das Vertrauen aus. Bitte eine kurze Replik. Also Herr Pilz, Sie müssen schon uns das überlassen. Und glauben Sie mir, wir haben das gut abgewogen. Und zwar schon letzte Woche. Anders als andere eiern wir da auch nicht rum und bleiben klar bei der Linie. Und Herr Pilz, einen Vorwurf muss ich Ihnen jetzt schon machen. Diese parteitaktischen Spielchen, okay, keine Frage, ist auch eine wichtige Frage. Aber wir könnten auch morgen schon Gesetze miteinander beschließen, die ausschließend, dass es illegale Parteienfinanzierung gibt, einen Straftatbestand einführen, die Rechnungshofkontrolle tatsächlich ermöglichen. Endlich die ganzen Vorfeldorganisationen, gemeinnützige Vereine, wie es ja auch ÖVP, SPÖ, ganz offensichtlich FPÖ, seit Jahrzehnten praktizieren, dass das eingeschlossen werden muss in den Rechtsstaatbestand. Und darf ich aussprechen? Natürlich. Und genau das ist unser Ansatz jetzt, dass wir sagen, aus diesem Sumpf müssen wir raus. Da sind wir den Österreicherinnen und Österreichern schuldig. Und ich möchte über Inhalte reden und nicht über Parteitakt. Aber erinnern Sie sich an eines nur ganz kurz, wie wir beide beim Bundeskanzler gesessen sind und der Kollege Leichtfeld war auch dabei. Da habe ich darauf aufmerksam gemacht und zu Sebastian Kurz gesagt, bringen wir das mit den Parteienfinanzen und mit den illegalen Spenden und alles, was da passiert, in Ordnung. Von Ihnen kein Wort. Ich habe versucht, von ihm eine Zusage zu kriegen. Wir haben sie leider nicht bekommen. Tut mir leid. Wir werden versuchen, das im Parlament mit einer neuen Mehrheit zustande zu bringen. Aber das Ergebnis des Gesprächs... Entschuldigen Sie, der Herr Kogler ist dran. Weil es uns herumeiern gegangen ist. Nein, 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 Herr Leichtfeld, der Herr Kogler... Nein, der Herr Kogler gibt jetzt trotzdem dran. Gut, na dann. Herr Kogler, für die Stabilität des Landes, auch eben der Bundespräsident hat dafür geworben, für die Stabilität des Landes eher in die Richtung kein Ja zu einem Misstrauensantrag, obwohl er sagt, wenn ein Ja heute, dann wird es keine Staatskrise geben. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist mit Sicherheit deshalb keine Staatskrise, weil da passiert ein relativ normaler demokratischer Vorgang der Abfolge nach, dass nämlich eine Regierung oder der Regierungschef in dem Fall möglicherweise jedenfalls immer, das ist ja so ein Machtgefüge, eine Mehrheit im Nationalrat braucht. Das ist eben die Vertretung der Bevölkerung. Mein Gott, so weit ist sicher keine Staatskrise. Regierungskrise war es vorher schon. Ich habe mir aber was anderes überlegt und ja schon einen Vorschlag gemacht in der Woche, wie man da rauskommt. Ja, weil der Bundespräsident kann ja immer noch so weit agieren, wie seine Macht wieder reicht, weil das ist ja sehr ausgewogen. Wenn der Nationalrat keine Mehrheit ausspricht, dann ist er weg, der Herr Kanzler, wie auch immer. Und deshalb haben wir den Vorschlag gemacht, wenn alle noch Stabilität rufen, der Kanzler Kanzler Kurz könnte ja selber den Weg freimachen, etwa für Franz Fischler. Der würde sicher eine größere Mehrheit haben im Parlament und vor allem muss man den ganzen Sommer durchzittern, gibt es eine Sondersitzung oder nicht. Und das wichtigste Argument für Franz Fischler war ja, dass wir innenpolitisch aus der Regierung heraus jetzt nicht was ich für Regierungsvorlagen zu erwarten haben. Das wird ja von allen negiert, glaube ich zu Recht. Aber ab morgen gibt es auf der europäischen Ebene einen Stichtag nach dem anderen. Und da soll Österreich gescheit vertreten sein. Und der Kanzler Kurz war ja selber der, der in einer Art und Weise in einer anti-europäischen Geisterfahreraktion von den tausend Verordnungen, wo bis heute nicht klar ist, was er auch so Bommes meint, mit oder ohne Ketchup, das ist doch alles absurd. Er muss, er hat sich betätigt, fast in einer Art und Weise, wie man es sonst nur von Orbán kennt oder Wilimsky-Style, das ist ja nicht vertretbar. Und deshalb sollte auf europäischer Ebene ein unterarteliger, ein integrer, ein seriöser Mann Österreicher repräsentieren. Und ich sage genau, wo es geht, nämlich, und dann bin ich fertig, Brexit wird man nicht sehen, wie es weitergeht. Aber die Kommissionsbildung ist jetzt komplett wichtig. Und außerdem brauchen wir für fünf weitere europäische Posten irgendeine Art von vernünftiger Mehrheitsbildung. Und wer soll jetzt Österreich vertreten? Der Kanzler, der auf Österreich hinschießt? Herr Minister Blümel, Sie werden natürlich auch einen Plan B haben. Also sollte dem Misstrauensantrag zugestimmt werden. Und Sebastian Kurz ist in 24 Stunden nicht mehr Bundeskanzler. Wäre Franz Fischler jemand, wo Sie sagen, er wäre ein akzeptabler Übergangskanzler? Sebastian Kurz ist ein Bundeskanzler, der als Bundesparteiobmann auch heute gemeinsam mit dem Team der neuen Volkspartei ein wirklich ausgezeichnetes Ergebnis eingefahren hat. Und ich glaube, das steht so für sich. Ich darf vielleicht, um die Frage zu beantworten, auch in die letzte Woche zurückblicken. Nachdem wir dieses Video gesehen haben, wo auch eine Geisteshaltung zum Ausdruck gekommen ist, die viele rote Linien überschreitet, hat Sebastian Kurz das getan, was er für richtig fürs Land hält und diese Koalition beendet. Und dann gemeinsam mit dem Bundespräsidenten die nächsten Schritte geplant. Auch der Herr Bundespräsident hat gesagt, er wünscht sich Stabilität und baldige Neuwahlen. Und der Bundeskanzler hat im Auftrag des Bundespräsidenten innerhalb von 24 Stunden eine handlungsfähige Übergangsregierung vorgeschlagen, in Abstimmung mit dem Bundespräsidenten. Und damit ist auch für Krisensituationen diese Verwaltungsregierung aufgestellt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese Handlungen, die gemeinsam mit dem Bundespräsidenten getätigt worden sind, auch für sich sprechen. Gut, es gibt immer einen Plan A in einer Krise, das ist der, den Sie jetzt skizziert haben und der jetzt passiert ist, aber es muss ja auch immer einen Plan B geben. Nochmal die Frage wäre, im Fall des Falles, Franz Fischler, für Sie ein geeigneter Übergangskanzler. Auch wenn ich Sie jetzt enttäuschen muss, es gibt hier keinen Plan B. Wenn dieser Misstrauensantrag durchgehen sollte, dann ist wieder der Bundespräsident am Zug und der braucht keine Zurufe. Jetzt hat Fritz Blasser im aktuellen Profil gemeint und davor gewarnt, dass eben sehr teure Beschlüsse vielleicht wieder im Parlament eben kurz vor der Wahl beschlossen werden, die dann dem Steuerzahler, der Steuerzahlerin viel Geld kosten. Das heißt, gibt es aus Ihrer Sicht einen gemeinsamen Beschluss, keine Beschlüsse mehr vor der nächsten Nationalratswahl zu fassen? Ich beginne jetzt mal hier. Bitte, Herr Leichtfried. Herzlichen Dank. Ich glaube, dass man beschließt, keine Beschlüsse mehr zu fassen, das wäre nicht nicht redlich, weil immer wieder Dinge aufkommen würden, die man beschließen muss. Wo ich aber sofort dafür zu haben bin, ist zu sagen, man muss sich bei jedem Beschluss die Budgetdeckungen ansehen und schauen, ob das auch so geht. Und das Zweite ist, ich glaube, man muss jetzt in diesen drei, vier Monaten wirklich nicht mehr die Welt neu erfinden, sondern es wäre durchaus möglich, dass wir gemeinsam zur Auffassung kommen, dass das Ganze jetzt langsam zu einem Ende kommt. Und diese Sauberkeit, 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 Sauberkeit kostet ja nichts. Wenn man drüber redet, zum Beispiel Wahlkampf. Der ÖVP schon. Der ÖVP kostet die Parteispenden, ja. Aber wenn man drüber redet, beispielsweise Wahlkampfzuschussdeckelung, Geschenkdeckelung, das ist ganz was anderes. Erlauben Sie mir bitte eine kurze Anmerkung, weil die Frau Meindl-Reisinger von Herumeiern gesprochen hat und damit demokratische Prozesse innerhalb von Parteien vielleicht gemeint hat. Und manchmal haben die schon auch Vorteile, nicht? Weil wenn ich jetzt vor einer Woche sage, ja, wir halten zum Bundeskanzler aus diversen nachvollziehbaren Gründen und dann diese Woche dann auf eine OTS ausschicke, er hat gelogen und ich bin fürchterlich enttäuscht, dann ist das halt von der Rechtfertigung her schwieriger, aber nicht unmöglich. Das ist schon klar. So, wir bleiben bei dieser Frage. Bitte, Herr Hofer. Also ich würde vorschlagen, dass man nichts beschließt, was das Budget tatsächlich gefährdet. Denn es gibt ja auch die nächste Generation, die Schulden abbezahlen muss und da muss man schon vorsichtig sein. Was ich gerne beschließen würde, ist, dass es überhaupt keine Grossspenden mehr geben darf an Parteien und auch, das gilt aus einem Personenkomitee, es geht, in die Wahlkampfkosten-Obergrenze mit einfließen soll. Das kostet nichts, ist aber eine sinnvolle Maßnahme und darüber wird man mit Sicherheit auch sprechen in den nächsten Tagen, ob wir das noch vor der Wahl beschließen können. Und was ist mit den Spenden an Vereine? Vereine dürfen eben nicht, ebenfalls nicht an Parteien spenden, mehr als eine Obergrenze, am besten gar nichts. Aber wenn es Vereine gibt, die Personenkomitees zum Beispiel betreiben, das wird es immer geben, dann muss das in die Wahlkampfkosten-Obergrenze auch mit einfließen. Und auch Vereine, die Plakate zahlen etc. Richtig. Bitte. Also ich habe letzte Woche schon einen Pakt für Verantwortung vorgeschlagen, ich habe das an alle Fraktionschefs geschickt mit der Bitte, das zu unterzeichnen, darin verpflichten wir uns nicht, keine Beschlüsse mehr zu fassen, weil das wäre ja eigentlich irrsinnig, weil es ja genau darum geht, Parteiengesetze beispielsweise zu verschärfen, aber keine budgetwirksamen Beschlüsse zu fassen, damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht belastet werden. Ich höre gerade, der Innenminister spricht. Innenminister Eckhard Ratz wird das vorläufige Ergebnis der Urnenwahl Ihnen jetzt bekannt geben. Wobei die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen noch nicht eingerechnet sind. Davon waren 49.883 ungültig, 3.197.676 gültig. Die Wahlberechtigung betrug ohne Briefwahlstimmen 50,6 Prozent. Die gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen wahlwerbenden Parteien wie folgt. Österreichische Volkspartei, 1.130.527 Stimmen, das sind 35,4 Prozent. Sozialdemokratische Partei Österreichs, 754.347 Stimmen, das sind 23,6 Prozent. Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, die Freiheitlichen, 578.454 Stimmen, das sind 18,1 Prozent. Die Grünen, grüne Alternative, 417.226 Stimmen, das sind 13,0 Prozent. Neos, das neue Europa, 260.547 Stimmen, das sind 8,1 Prozent. KPÖ plus European Left. So, Innenminister Eckhard Ratz, Sie haben ihn gehört. Das war das vorläufige Endergebnis der Urnenwahl zur Wahl des Europäischen Parlaments. Aber jetzt schalten wir wieder zur ZIB2-Spezial, zu Armin Wolf. Denn dort wird es mit den Wahlkartenprognosen eine Sora-Hochrechnung geben.